It's giveaway time, ich zeige euch das nächste sehr interessante giveaway, unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten spannenden Comic Drop an und wir schauen uns auf jeden Fall nochmal ganz genau den Omi Token an und was da gerade momentan alles so passiert, das wollen wir noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi Ochi mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall mit einer Menge, Menge Sachen mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir heute direkt rein ins Video. Und starten würde ich gerne mit einem Giveaway und zwar nämlich von der WC-Ente und der wird auf Twitter hier ein Giveaway machen, was den Funko Pop angeht, denn er hat sich auch einige geholt und wird jetzt hier einen Kammen verlosen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist hier das Ganze zu liken und zu retweeten, unter anderem müsst ihr einen Kommentar unten da lassen unter dem Tweet, worauf ihr am meisten bullish seid in 2024 bei Vivi, das ist das Einzige, was ihr machen müsst, das Ganze geht bis zum 27. Das heißt, ihr habt jetzt noch insgesamt vier Tage in etwa Zeit, dann wird das Ganze geclosed und der Gewinner bei mir im Livestream dann ja sozusagen revealed. Deswegen seid ihr auf jeden Fall up to date, kommt in den nächsten Livestream mit rein, dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, ob ihr hier gewonnen habt oder nicht. Ich werde euch den Tweet auch selbstverständlich unten in die Videobeschreibung packen. Ansonsten kurzes Thema, off-topic zu Vivi und Omi, trotzdem relevant meiner Meinung nach und zwar ist nämlich Zizet, der Chef von Binance, also die größte Börse, die es momentan im Kryptoraum gibt, zurückgetreten. Das hat zum Glück aber keinen Einfluss für uns auf Vivi, denn ja, Vivi hat mit Binance nichts zu tun, aber für den Omi-Token war es tatsächlich sehr interessant, denn da wurde ja oft gefordert, dass ja Omi mal auf Binance gelistet werden sollte. Es ist vielleicht doch gar keine so schlechte Entscheidung gewesen, es erstmal nicht zu machen, bis zu diesem Zeitpunkt, jetzt wird man sehen, ob es Binance tatsächlich weiterhin so geben wird wie bisher oder ob es tatsächlich noch andere Schwierigkeiten geben wird bei Binance. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, holt alles runter, was ihr auf Binance wie auch auf Kraken habt, das sind beides Exchanges, die momentan auf jeden Fall ordentlich in die Menge genommen werden von der SEC bzw. von der amerikanischen Regierung und so weiter und so fort. Deswegen dort auf jeden Fall sichert eure Gelder, holt das lieber auf ein Safest Wallet, auf ein Cold Wallet, Tangen Wallet, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Link dazu findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Job an und das ist Amazing Spider-Man Hashtag 299 und das startet ja hier 1963. Wir haben den ganzen Job hier am 28. November, das heißt am nächsten Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit mit insgesamt genau 5 Covern wieder mal. Wir haben hier natürlich auch wieder exklusive Rare wie auch Ultra Cover und hier ist tatsächlich ein Fehler aufgefallen, denn wenn man sich das Cover hier von der Ultra und der Rare nochmal genau anschaut, dann fällt einem auf, dass hier dieses Dreieck, was eigentlich weiß sein sollte, hier tatsächlich fehlt. Ob das jetzt bewusst gemacht wurde oder nicht, kann ich euch natürlich genauso wenig sagen, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner witziger Fehler, der hier passiert ist. Ansonsten mir gefallen auf jeden Fall die Cover hier extrem gut, ich werde nichtsdestotrotz diesen Drop wahrscheinlich skippen. Der Listpreis hier sind 7 Gems, eine Edition von 6000 Stück und wir haben hier tatsächlich die First Appearance of Venom und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Es ist aber tatsächlich wirklich die echte First Appearance von Venom, aber es ist tatsächlich Amazing Spider-Man 300, wird von vielen einfach angesehen, dass das die First Appearance ist, was aber eigentlich faktisch gesehen gar nicht so ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen hier auf den Preis. Wir sehen jetzt hier eine 9.8, 1244 Editions, muss man auch ganz klar sagen, sind hier gegradet. Dementsprechend kostet das Ganze nur 475 Dollar für eine 9.8, was jetzt nicht gerade viel ist. Man sollte hier aber definitiv die Grades nicht missachten, auch nur 9.6 hier mit 2100 Grades aus dem Jahre 1988 ist schon echt ziemlich enorm. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele gute Editions noch aus dem Jahr und dementsprechend hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Preis. Nichtsdestotrotz kein schwaches Comic aufgrund der First Appearance hier von Venom, für mich dennoch wahrscheinlich eher ein Drop. Ich werde das, wenn überhaupt, spontan entscheiden. Ansonsten kommen wir zum Omi-Token. Ich habe im letzten Video bald Moon, Fragezeichen, ja, so ein bisschen auch geklärt, warum momentan bei Omi auf jeden Fall die Vorbereitungen laufen für ein ordentliches Update für den Omi-Token. Denn wir haben uns jetzt in der letzten Zeit gesehen, wir haben einen neuen Community Manager für Ecomi bekommen, wir haben einen Discord bekommen und Omi hat sich auch auf Twitter nochmal ein bisschen, ja, verbessert, sage ich jetzt mal so, im Design, repräsentativer geworden einfach. Und ja, die Frage ist natürlich immer auch, warum sollten Sie das jetzt alles machen, wenn sowieso nichts kommt. Es muss eigentlich in dem Zuge was kommen und das hat sich auch ein bisschen auf den Preis ausgewirkt. Ihr seht jetzt auch gerade 3,8% sind wir heute auf jeden Fall im Plus. Und auf dem Chart sieht es meiner Meinung nach auf jeden Fall nochmal deutlich interessanter aus. Wir sind jetzt hier runtergekommen und ja, sind tatsächlich hier unten ganz, ganz knapp an dem Low vorbeigekommen, haben hier rejected und sind jetzt hier wieder nach oben gelaufen, während der gesamte Markt eigentlich tatsächlich abgefallen ist. Jetzt haben wir uns hier wieder rüber gearbeitet aus dieser Range, wo er davor auch sehr, sehr lange drin gehangen hat, was schon mal erstmal ein sehr positives Zeichen ist, weil er hier nicht in dieser Zone anscheinend drin bleiben möchte. Wir sind jetzt hier auch mit einer ordentlichen Impulsbewegung raus und halten uns bis jetzt auch hier gerade drüber. Sollten wir jetzt in den nächsten ein bis zwei Tagen es hier über dieses Level schaffen von 0,00069 in etwa, dann sehe ich es auf jeden Fall sehr, sehr positiv, weil dann hier wahrscheinlich höhere Preise deutlich realistischer wieder sind. Und dann wird man sehen, wie sich der gesamte Markt auch insgesamt entwickelt. Aber ich bin momentan wieder sehr positiv gestimmt, einfach aufgrund dessen, weil wir hier eine schöne Resistance erfahren haben und der Markt jetzt erstmal positiv hier reagiert hat. Deswegen für mich persönlich auch momentan erstmal noch abwarten und Tee trinken. Ich habe hier nachgekauft. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen entspannen. Und ansonsten war es das auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei euch da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.